Und das hier ist das Fenster zum Möhr. Damals, als wir angefangen sind und als die Leute nicht angefangen haben, dass die die Hosen bauen. Dort haben die die Hosen so gebaut, die standen so weit am Möhr. Die konnten die Fenster abmachen und auf Bogen riechen. Und dann haben sie die Tür in der Hand und konnten die so in den Augen tun. So, für heute ist es Sönder. Wir haben hier sowieso nichts anderes zu tun. Für heute sind wir auf Bad. Wir sind unterwegs noch ein ewiges Meer hin. Und dann will ich mal den gucken. Und für alle die Leute, die mit dem Hund ohne Wägen sind, die können hier dann, wenn der Hund dann in sieben Bauten teilt, dass die das dann aufsammeln können. Nur so wie auf Bad, dort Möhr. Und hier muss man aufpassen, dass man nicht von dem Pad aufkommt. Weil anders dann kann er welsen, dass du wert bist. Und hier sucht man nochmal, wo der Tugan kommt mit dem Möhr. Und das ist die Möhr. Man sucht nichts. Hier ist nur noch mehr Möhr. Und da kann man noch sehen, dass da ein Bauten im Endeffekt ist. Und da läuft Sabrina. Und da läuft Brut. Die kommt, ob er irgendetwas passieren kann. Späer. Und durch die Winde hier ist dann. Und kalt. Unangenehm. Ungewöhnlich. So. Wie läuft denn in den Möhr? Wie man im Kieken war. Läuft der rohe Abba-Vögel. Ein Moorbläuling. Er kommt 19. Da hast du dann den Brä-Vogel. Nee, Brach-Vogel. Moor-Frosch. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Heide-Libelle. Flucht nur auf. Nee, ist voll zu kalt. Hier ist noch der Birkenblatt-Roller. Käfer. Kreuz-Otter. Ich weiß nicht, ob die gefährlich sind. Ich habe vergessen. Leer nicht in der Schule, aber weg nicht mehr. Und noch Eidechse. Kijk, die gibt die auch. Hier in diese Möhr. Sabrina testet noch, wer den Pad. Ich weiß nicht. Ob der von Gold ist. Und wenn sie in der Werke ist, dann werde ich ja den umdrehen. Kijk hier. Ostfriesische Weiden. Nichts als Bögen. Kijk hier. 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 Ian thisch. Kijk hier. Ob der irgendwo um die Dauer kommt? Hier ist noch ein bisschen was von der Nähe. Noch noch mehr von der Nähe. Kannst du mal nicht sehen. Nein. Otto Lege, August 1920. Da liegt es vor uns, das schier endlose Moor in seiner eigenartigen Blütenpracht. So weit das Auge schaut, kein Baum, kein Strauch, keine Hütte, nirgends ein Ruhepunkt für das Suchende Auge. Nur in weiter Ferne, zur linken, in grau-blauem Dunst, in schwachen Umrissen, der einsame Wald von Bärwutsfeld, wo in der Nähe vor zwölf Jahren beim Torfgraben tief unter der Moordecke eine männliche Leiche in einer moosgepolsterten Grube aufgefunden wurde. Angetan mit einer hellröcklichen Wollstoff-Ledergürtel und Baderfellmütze, die hier mehr als 1500 Jahre geruht. Aber wie alle Moorleichen verhältnismäßig vorzügliche Heiden, vor allem die Haare, ja sogar die Gesichtszüge sind noch erkennbar. Wenn auch die Haut wie gegerbtes Leder aussieht und die Knochensubstanz von der Huminsäure aufgelöst ist. Kalt, kalt! So, und wir sind hier noch alt und warten ohne Wägens, nur. Aber geil im Moment. Nur ist nicht mehr so schlimm. Du musst aber wirklich auch pausen, nur den Pausen da ist. Weil hier von Part auf dürfst nicht. Okay, wacht man nämlich, wie ist die da denn? Ja, so kann man das hier natürlich nicht sehen. Aber das kann sein, dass die Worte dann hier mit an den Kahn steigt von uns Part hier. Und da geht die Part nur an. Ah, wie die Dumpel. Aber wollte er mitgebracht und fern sind auch noch zwei erlaubt. Okay, meine. Hier. Da kann man dann sehen, wo hoch die Worte gestanden. Und wer weiß. Fups. Das ist weg. Dann erst achtet die. So, wir haben es gaff. Wie sind wir in der Auto? Lückerloh. 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 Zack. So. Vor wieder raus. Und dann ist es auch aufwärts. Tschüss. Tschüss.